Viele Menschen denken bei dem Wort Psychologie sofort an Therapien oder an das Studium von Gehirnen. Doch Psychologie ist viel mehr. In diesem Video erkläre ich dir auf einfache und verständliche Weise, was Psychologie ist. Von den Grundlagen bis hin zu den verschiedenen Arbeitsbereichen. Psychologie ist die Wissenschaft von Geist und Verhalten. Sie untersucht, wie Menschen denken, fühlen und handeln. Psychologen versuchen dabei, psychische Phänomene zu verstehen und zu erklären. Außerdem entwickeln sie Theorien und Methoden, um das menschliche Verhalten zu beeinflussen und psychische Probleme zu behandeln. Die Psychologie hat eine lange und komplexe Geschichte, die bis in die 1800er Jahre zurückreicht. Zu den wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Psychologie gehören Wilhelm Wundt, Edward Thorndike, Sigmund Freud und Skinner. Die Psychologie ist ein vielfältiger Bereich, der eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsgebiete umfasst. Die klinische Psychologie ist die Anwendung der Psychologie bei der Behandlung von psychischen Störungen. Klinische Psychologen helfen Menschen mit einem breiten Spektrum von Problemen, darunter Depressionen, Angstzustände, Suchtkrankheiten und Beziehungsproblemen. Die kognitive Psychologie befasst sich mit der Frage, wie Menschen Informationen verarbeiten. Sie untersucht, wie wir uns erinnern, denken und auch Entscheidungen treffen. Die kognitive Psychologie wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter Bildung, Marketing und Design. Die Entwicklungspsychologie ist die Lehre davon, wie sich Menschen im Laufe ihres Lebens verändern und wachsen. Entwicklungspsychologen untersuchen Themen wie die Entwicklung von Kindern, das Altern und den sozialen Wandel. Arbeits- und Organisationspsychologie ist die Anwendung der Psychologie am Arbeitsplatz. Arbeitspsychologen helfen Unternehmen bei der Auswahl und Schulung von Mitarbeitern, bei der Gestaltung von Arbeitsumgebung und bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Sozialpsychologie befasst sich mit der Frage, wie Menschen miteinander umgehen. Sie befasst sich mit Themen wie Kommunikation, Kooperation, Aggression, aber auch Verurteilen. Die Sozialpsychologie wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter Werbung, Politik und Recht. Ein guter Psychologe sollte in der Lage sein, psychische Probleme zu verstehen und zu behandeln. Er sollte gut mit Menschen umgehen können und ein gutes analytisches Denkvermögen besitzen. Außerdem sollte er kreativ sein und eine Vielzahl verschiedener psychologischer Theorien und Konzepte beherrschen. Da hast du es also, eine Kurztour durch die Psychologie. Wir haben uns angeschaut, was Psychologie ist, ihre Geschichte und die verschiedenen Arbeitsbereiche, aus denen sie sich zusammensetzt. Vor allem aber haben wir uns gefragt, wofür kann Psychologie gut sein? Und die Antwort lautet, für so ziemlich alles. Die Psychologie kann uns helfen, uns selbst als Individuen und als Teil von Gruppen oder Gesellschaften besser zu verstehen. Sie kann uns helfen, psychische Probleme zu bewältigen und uns Strategien an die Hand geben, um unser Leben zu verbessern. Sie kann uns auch in unserem Berufsleben helfen, indem sie uns zu effektiveren Führungskräften, Kommunikatoren und Mitarbeitern macht. Zum Schluss haben wir gefragt, was macht einen guten Psychologen aus? Und die Antwort lautet, Leidenschaft. Ein guter Psychologe liebt seine Arbeit, ist neugierig auf Menschen und ihr Verhalten und ist bereit, sein ganzes Leben der Psychologie zu widmen. Wenn dich weitere psychologische Phänomene interessiert, dann schau dir doch auch dieses vorgeschlagene Video hier an.